So, dann kann ich nicht dauerhaft... Ich meine dieses Modus auch eigentlich gar nicht. Den normalen Battle Royale Modus mit dem Gulag. Hätte ich Bock auf einen Win zu schwitzen, weißt du, wie ich meine? Hätte ich irgendwie Bock gegen andere Duo Teams. Echt? Wollen wir probieren? Wir können ja erst kurz einspielen im normalen Modus. Ja, ich glaube, hier gibt es ja keine guten Chancen mehr. Ah, du meinst Blackout. Nein, Mann, lass mal Blackout. Lass mal. Weiß nicht. Spawn die alle! Spawn die alle! Nein, was ist Tönung? Spawn die alle, Marshalallah! Ich bin doch, ich bin da. Recht, recht, auf der Seite. Ab brennen. Wider, 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 Wider! Wieder, Wider, Wider! Wider, 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 Wider! Ja. Oh, jetzt wird's nicht so krass, was ist hier. Ich hab keinen Zwischen mehr. Oh, fuck. Wir suchen Blünder. Hier, hier, hier. Hier, hier. Rechts kommt einer. Ja. Ist da unten. Ist da unten. Hab ihn. Wir spawnen wieder hier. Wir spawnen wieder hier. Bitte. Bitte. Wir überleben jetzt gerade. 507-0. Ich will eine Werbung. Jawohl, Scharfschutz zum Nest. Let's go, Jungs. 200 vor. Und da ist der Mantis, Jungs. Let's go. Jungs, ich hab's noch zu hinten. Das hast du noch nie gesehen. Ich will auf die Scharze. Ich will auf die Scharze. 2-0. Igaian, Igaian. Ich will auf die Scharze. 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 Und auf die Scharze. Wie kerzt diese Scharze. Das ist nicht so, wie ich auf dasете. Klar schaffst du ihn ja, nice. Nice, hoffentlich gar die Hände bei dir nicht. Die sind ja alle dahinten jetzt vorne, weil die wissen, dass sie auch zurückbleiben. Spawnen die dahinten, weiß. Ja, die sind ja alle dahinten jetzt vorne. Boah, scheiße. Ist hier noch jemand, ne oder? Mitte. Okay. Alter, Alter. Nein, hinter mir. Ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Haben mich rumgekümmert. Ich hab Drohne rausgehauen. Nein, der Geier hat da eine. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, das ist einfach leise sein. Das muss konzentrieren. Ja, das weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht. Ja, das muss man empfangen. Spawnen hier, das war bei mir. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht, egal. Jemand weiß meinen Namen, der ist mir so hinterher gerannt. Nächstes Scharpschissnest. Nächsten Mentes. Gutes. Nice. Lass dich mal kurz konzentrieren. Ich habe Schütze, dass die jetzt hier kommen. Ich muss spawnen. Ich bin relativ am Anfang gestorben mit, weißt du, also das ist der eine Tod relativ von meinem Anfang, da hatte ich noch keine Streak aufgebaut. Das heißt, ich könnte gute Chancen haben, wenn ich jetzt noch normale Pins bekomme. Bitte. Okay, jetzt hier. So, jetzt komm. Perfekt, der geht hier rein. Und ich bin tot. Perfekt, Digga. So was ist einfach nur traurig. Durch so einen Camper geholt zu werden ist einfach nur traurig. Da kann ich auch nicht rumschreien, das ist einfach traurig. Ja, da haben wir die Runde nochmal schön geslaved. Ist so. Wir haben erstmal auf entspannt. Äh, zusammen. Mit dem 7.77 Quad.